hallo liebe leute und herzlich willkommen zu einem let's play landwirtschaftssimulator 2017 ja wir sind wieder mal vor sieben bergen unterwegs mit unserer season mod geschichte und wir sind bereits in folge 12 gelandet und ich brauche mich zum händler warum nicht mit kurs play weil ich gerade nichts anderes zu tun haben so simpel ist es wir fahren im fix zum händler sind ja auch schon fast da da holen uns den neuen tank ab und dann wird es noch mal interessant dann gucken wir mal in der stadt und das heißt in der stadt oder hier im kleinen industriegebiet wie die wasser abholstelle ist werden nur eine wasser abholen und werden dann das wasser auch in die soja produktion geben und wenn wir das gemacht haben da müssen wir mal gucken und wenn wir wahrscheinlich schon wieder den die sehmaschine auffüllen müssen und dann ist alles ganz so schlecht aus glaube ich so dafür dass ich den hier abholen kann sollte ich erst mal einen kaufen das gute wasser fasst das originale haben wir ja schon verkauft können sie jetzt aber noch mal gucken aber ja ihr seht das kleine joshkin ist weg wir gehen wieder auf den shop korte und ich wollte jetzt nicht das kleine holen sondern er hat große es ist ja echt überlegung wie man es macht also ich hatte natürlich jetzt aber noch den gedanken was ist der mit unserem guten klicks system wir gucken klar sind 100 und 9000 die wir bräuchten aber wir hätten dann ein fass was auch alles transportieren kann was erst mal 20.000 weniger kostet das müssen wir schon mal sagen das kostet 20.000 weniger wie das korte aber es fasst auch 45.000 liter und wie ihr seht können wir damit alles transportieren und ich meine alles weil ich meine auch treibstoff das würde man dann echt natürlich nicht machen weil so sauber kriegst die dinger nicht und die aber realismus ist natürlich dann immer so weit über den stein wirft aber hier ist sie selber wasser gülle und den ganzen kram drin wenn wir jetzt nämlich bei den korte geschichten hier noch mal gucken und klicken hier ein fass an da seht ihr auch gülle wasser dünger, gärgut und milch quatsch quatsch man nicht machen blödsinn, das gibt es auch gar nicht und hier das gleiche nur dass dieser freundliche kollege danach zwischen kommt und wenn wir das rechnen und wir gucken bei den korte geschichten an denen ich jetzt gerade vorbei bin da und gucken wir wollen nachhalt auch noch den party transportieren kleinere menge und das noch mal oben drauf so da wären wir schon bei 70.000 die das kostet und das andere mit lkw ich brauche noch 30.000 das heißt wir würden lkw 50.000 kriegen und könnten natürlich auch noch einen ganzen haufen von den anderen sachen die ihr hier seht noch extra kriegen wir hätten möglichkeit sehr günstig große mulde zu kriegen wir hätten die möglichkeit noch vieh und kühltransporter dementsprechend zu kriegen über ladewagen und was es noch so schönes gibt also das gibt es auch gleichzeitig günstig halten großen abtransport deswegen ist der punkt jetzt kredit aufnehmen also uns fehlt wir brauchen ja erstmal nur den tank 21.000 und den lkw das sind 130.000, 135.000 das heißt wir können jetzt erstmal ein bisschen den kredit nach oben schrauben jetzt gucken wir mal machen wir auch mal weil wir haben ja relativ gut den kredit part hier laufen wir können natürlich dann mal schauen wie viel kredit können wir kriegen und ich bin jetzt blind war blind glaube ich oder da ist es also wir leihen erstmal ich würde sagen wir machen den kredit unten also damit hätten wir es jetzt gekauft aber wir wollen natürlich nicht pleite sein ich werde unseren kredit jetzt auf 200.000 auffüllen also wir haben jetzt 120.000 kredite aufgenommen so jetzt gehe ich wieder zurück ich bin natürlich mit ihm jetzt hier vollkommen sinnlos hierher gefahren das gestehe ich zu aber wir werden dann einfach mal unseren kurs hier nehmen soja nach hoch so seht ihr selber das ist das gute stück und lassen ihn mit schmack ist dann in den anhänger fahren irgendwie so so und abfahrer einstellen am schluss anhalten warum er die anmacht weiß ich nicht macht er es wenigstens so wollte ich gar nicht wollte ich auch nicht doch das wollte ich schon ich wollte gucken wie weiter ist aber das sieht aus als wenn ich jetzt ziemlich gut zurecht kommen würde eigentlich so jetzt gehen wir noch mal auf den shop jetzt machen wir das klickstar system jetzt kaufen wir den lkw äh standard motorausführung sollte reichen 476 ps dann kann man eine schöne farbe übersägen was machen wir dann schönes ich würde mal sagen schönes blau was war noch ein paar groschen extra aber das machen wir jetzt einfach mal so so den haben wir jetzt gekauft der steht jetzt beim händler und wir brauchen als erstes die tankvariante auch hier sollten wir eine neutrale farbe nehmen und deswegen würde ich sagen wir nehmen mal bei dem tank dann mal in rot so gut dann skippen wir mal durch weil irgendwann dürfen wir dann jetzt beim skippen beim lkw land und da sind wir auch schon da seht ihr die guten klicks da lkw dem fahren wir jetzt schön hier runter so ihr seht ihr schon ganz schöner brummer ne damit können wir auf jeden fall auch dann einiges organisieren und bewegen ne klicks da seht ihr selber das ist so ein runterfahrsystem die hintere achse kommt hinzu jetzt fährt die hintere achse runter und jetzt haben wir den kompletten transporter und dadurch dass er hinten die achse lenkt so wie auch vorne hat er auch einen relativ kleinen wendekreis also schon ein schönes gerät kann man nicht anders sagen so dann werden wir jetzt hier mal gucken wo wir hin müssen so ein wasser holen da steht flüssig transport genau so die vermutung dass wir jetzt hier vorne abbiegen müssen so dass wir ihn gleich noch mal irgendwo abbiegen müssen ich schätze auch mal schon dass es hier ist ja so ja 75.000 haben wir jetzt noch hinten ist die wasserstation und der andere punkt das gute stück gefährt 90 ne das macht das natürlich dann auch schon mal wieder ein tickchen interessant so geselt ne also wenden äh wien weltmeister und da kommt das wasser das wasser kostet uns nichts das ist schon mal sehr gut das brauchen wir einfach nur abholen das machen wir jetzt auch wir holen jetzt auch hier voll die ladung rein weil wir natürlich äh dann gleich ein bisschen wasser auf vorrott haben so wir haben jemanden der im verkehr feststeckt das ist irgendwie klar das ist unser freundlicher kollege hier abfahrer entlassen der hat aber glaublicherweise den anhänger nicht gerammt das ist aber schon mal schön und gut dann so so ich werde trotzdem mehr enger lieber aus dem weg fahren ok das ausmachen so so fahren wir den hänger nämlich einfach mal irgendwo schön zur seite ja stimmt es geht hier stört der hänger ja auch nicht so hier stört auch der traktor gerade nicht ja sorry für das roisband wir gucken nochmal ja unsere sähmaschine bringt den spaß hier auch so langsam zu ende und wir brauchen anscheinend für das gras erheblich weniger saatgut das ist auch schon mal eine sehr gute geschichte und der ganze spaß müsste aber er ist ja ganz schön am kämpfen hier am hang aber er macht ne aber es ist super ihr seht selber es sind jetzt noch vier bahnen dann hat er den spaß auch geschafft sehr löblich so ach ja wir waren am durchskippen weil wir sind ja wieder auf dem weg zum wasser den freundlichen kollegen hier bringen wir einmal kurz zum hof zurück ups ups nicht aufs gesäte fahren den brauchen wir dann irgendwie durchaus nicht weil das sah aus als wenn er dann locker mit hinkommen würde und wir wollen ja unsere sachen auch alle zu hause stehen haben ah ich hab noch was festgestellt ich fahr nochmal eine seite ran ja für die leute die sagen die temperaturen sind noch nicht so wirklich gut aus egalem grund habe ich hier die luke aufgelassen das ist der luken button oder sorry dafür wollte ich natürlich nicht oder nicht dass unsere jungs hier krank werden bei der arbeit über theoretisch sollte ich das ja selber darstellen aber du wirst was ich meine das ist einfach alles vorne an ihm dran und packen ein so gut unser guter klickstar ist zwischenzeitlich voll da sieht man schön die dreiachslenkung hier eine ganz tolle geschichte und auch ein schöner lkw weinst du was er jetzt nicht hat also er ist natürlich sehr flexibel durch die verschiedenen aufbauten was er zum beispiel nicht hat was ihr vielleicht vom roadtrain her kennt aber diese karte sieht nicht so roadtrain mäßig aus außerdem sind die kurven wege und straßen relativ eng hier also nicht unbedingt so der roadtrain faktor sag ich mal so deswegen da haben wir natürlich den punkt dass da die beschriftung raucht ist man sieht also was gerade drinnen ist aber wie gesagt da mache ich jetzt auch kein hehl draus weil wir sehen ja was wir drinnen haben so wir können das hier schräg rauf fahren auf dem hof vor geht hier super flink auf also das schon hart fast so dann werden wir mal eine runde ja schön rückfahrlicht so muss das sein und da geht das gute zeug raus wir gucken uns das hier gleichzeitig auch mal auf unserem guten schild an also theoretisch gesehen müsste jetzt alles da sein damit er loslegt 50.000 soja geht rein wenn das normale produktionsverhältnis ist braucht man das dreifach am wasser um es zu produzieren deswegen sind natürlich unsere 45.000 liter jetzt hier traumhaft weil damit können wir auf jeden fall das komplette soja zeug einmal durchlaufen was wir jetzt auf jeden fall noch einmal machen und das finde ich mach das jetzt ihr müsst es nur mit sehen ist gucken ob sich hier bei den fischen schon was getan hat und wenn ja ob wir schon irgendwo eine palette sehen ja da guck fischies wir haben unsere ersten fischpaletten fischfutter ist noch drinne ok moment jetzt müssen wir mal gucken ich weiß jetzt nicht genau wie viel haben wir hierher gebracht am mais aber es sieht aus als wenn es 25 prozent des futters zu fisch werden würde wir haben jetzt also 916 liter fisch 2.000 geht auf so eine palette aber mal gucken was das fischchen zeug denn einbringt ich glaube das war eine ganze menge seht ihr hier das ist gut das heißt wir machen bei 2.000 liter über knapp 10.000 gewinn das ist schön das ist schön so gut so das haben wir natürlich jetzt hier die guten abfahrer geschichten gemacht ihn lasse ich jetzt mal eine runde nach hause fahren er fährt er zwar langsam oder kann ich mit leben aber natürlich habe ich den startpunkt nicht super optimal gewählt und das ende ist auch nicht super optimal ok wir machen das anders also wir machen das hier aus den kurs und sogar nach hoch geht in die mülltonne da die folge hier nicht mehr so lang ist werde ich ihn jetzt hier noch einmal richtig schön so ein bisschen mittiger hinfahren so und dann würde ich sagen beim nächsten mal müssen wir hier einen neuen kurs machen ne das ist auf jeden Fall klar ich wollte jetzt gerne nochmal nach der sämaschine gucken da haben wir sie schon weil die dürfte jetzt die aktion hier zu ende bringen so der ist nämlich jetzt fertig wir machen den kursus jetzt aus der kursus sah schon den kurs aus fahren wir den guten stück nach hause und die park ich jetzt genau vor der halle wo dann der der gute mb truck steht und dann werden wir beim nächsten mal das ganze aufladen weil leider sind wir schon wieder am ende der folge so schnell geht es nämlich ja ich hoffe dass es euch gefallen hat würde mich sehr freuen wenn ihr beim nächsten mal wieder mit dabei sein würdet wenn es euch gefallen hat lasst einen passenden daumen da ich würde mich auch sehr über den teilen freuen und ein abo wäre natürlich auch super ja wenn ihr irgendwelche wünschen ideen oder sowas habt schreibt sie in den kommentarbereich schreibt doch gerne rein was halte ich hier von der klicksalgeschichte also ich fand es muss ich zustehen eine schöne sache ja dann vielen vielen dank fürs zuschauen vielen dank für die unterstützung und bis zum nächsten mal